Das ist anstrengend und es hat wirklich gezeckt, also wirklich, die Stelle ist taub. Ich hoffe, dass ich hier ein bisschen mehr Bauchmuskeln morgen habe an der Stelle. Wir haben auf jeden Fall gekämpft. Wir hatten ein Team, wir hatten eine Taktik und wir leben alle noch. Wir haben die Jungs nass gemacht. Gut, die eine Runde, da hatten sie natürlich Vorteile durch ihre Überzahl. Scheißegal, wir haben trotzdem durchgehalten und stehen noch hier wie Männer. Mega witziges Spiel, Alter. Man wusste nie, von wo jemand kommt. Man wurde einfach abgeschossen, hat die Elektroschocks gespült, Adrenalin pur und kann ich nur jedem empfehlen, man. Macht es auf. Ich sage nur, wer hat die meisten Abschlüsse? Der Tiger. Und danach ich.